Und das sieht eigentlich auch heiß. Was hast du genommen gehabt? Normalgelb oder Renngelb? Äh, normal... Aber Reifenquallen, was du dir da dann machen, alter. Soll ich da ja so gelber Reifenquallen oder grüner? Ich hab gelb, guck mal, weil grün so ein bisschen dunkel ist. Lass mal da einfangen. Gehen wir hin. Bittes Dingster Kleidung. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Gehen wir hin. du musst nur kaputt zum pullover gehen dann habe ja eigentlich keine ganze dank hat aber schauen wir mal einfach scheiße oder doch bringen können wir ein junge schon arbeitsbrüte freizeitbrüte wo es mal dass wir mit hoßen sind ja die scheiß kaputzen police oder gemein pullover so hier wo ich bin da haben muss ja hinten gibt es ja auch schon mal ein klamottenmäßig habe ich eigentlich alles war fast alles so piste hier dass wir dort sind das arbeits t-shirt schon hier rein hier sind hier die sind hier die police bitte muss weiter nach der kaputzen ja ich kaufe mir jetzt hier einfach alle ich habe ja hier schon voll viele hier Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, einfach ein Neuer Kurven. Einfach. Ketten. Ketten. Glad you found what you were looking for. Hast du die Ketten gesehen? 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 Hast du das? Ich geh aber jetzt noch zum Tätowierer oder so, und dann... Krawatten... Hier, Alter... Wie das aussieht, ich höre... Business... Ich hab mir jetzt alle Krawatten... Ich hab mir jetzt alle Krawatten gekauft... Oh, hier sieht man halt wie eine Mist geworden... Das ist halt so, wenn man einfach alles kauft... Jetzt hab ich nur noch eine Mülle, Alter... Weil ich mir jeden Scheiß gekauft hab... Tücher, was für Tücher, Mann... Gut... Okay, jetzt muss ich mich wieder... Hier, wie er sich einfach so anzogen hat wie ich... Komm ich auf sie, Alter... Na... Ich bin nur schwarz, Alter... Ich muss hier ein bisschen umziehen... Ich muss mal die Schuhe mal gucken... Ja... Die Schuhe hab ich voll vergessen... Gibt's neu, oder? Ja... Einfach alle kaufen, Alter... Na klar, solange man das Geld noch hat, einfach kaufen... Sportüberteil... Ja... Verpiss dich... Westen... Ja... Alter... Westen kaufen wir jetzt einfach alle... Elegante Schuhe gibt's auch noch, Alter... Die hässlich sind... Egal, einfach kaufen... Super... Oh mein Gott, die gibt's auch... Auf alle kaufen... We... Don't have a return policy... Wieso kann ich mir keine Geschäftshemden anziehen? Scheiss Spastis, Alter... Ja, kann ich ficken... Anzugswesten... Kann ich mir auch nicht aussehen... Ja, nur sein... Dingser Zeigenwelle, Alter... Seine Tattoos... Wer? Du? Warum? Ja, komm... Du nicht so, Heinz... Wo kostest du denn alles? Schülle, Alter... Du darfst halt nicht kaufen, Geh... Bomberjacken... Ja, okay... Den hab ich schon, Alter... Trainingsjacken hab ich auch, Alter... Ne, nicht alle, da fehlen nur drei... Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, irgendwie... Das Geld... Also wenn ich was kaufen will... Mission zu machen, Alter... Haha, übel, gell... Lederjacken... Woi, das sind ja... Achso, das sind die, wo ich... Voll hässlich schwöre... Zeugen wir gar nicht... Ich bin fettig... Ich hab mal na... Ey, was ist mein Wagen oder dein Wagen? Hast du das meine? Ich brauch, äh... Dings, kurze Hosen, Alter... Und ich sind nur restige da... Ne, egal... Finde ich schon irgendwelche geilen... Warte, hast du dir jetzt alles nur... Ne, klar, Alter... Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Was ist das, Mann? Ich bin jetzt auch... Ich bin jetzt auch... Warte, ich komme auch gleich... Was ich gedacht habe, soll ich mal anziehen, Alter... Schwarz oder Rot-Weiß... Schwarz oder Rot-Weiß... Ja, komm, zieh mal... Zieh mal das an... Ja, da waren doch gleich Hosen... Schwarz... Schwarz... Wieso gibt's hier keine kurzen Hosen? Willst du mich verarschen, Alter... Turnhosen... Scheiße... Guck mal... Ey, wieso gibt's hier keine kurzen Hosen? Willst du mich jetzt verarschen? Ey, du bist bei Dings da, Duli... Ja, bei Hosen... Du musst Shorts gehen... Warte, ich fresse, geht's hinten hin... Da ist Shorts... Was kommt dabei raus? Es gibt mir mal eine gescheite Hose, Eltern... Schuhe brauche ich noch chill... Bin gleich fertig... Stiefel... Ah, man kann die Kofi auf jeden Fall... Die ersten so, ne... So wie sie voll die Jones nachgemacht haben und so... Oder versucht haben... So voll die Beine... ... Die Kofi auf jeden Fall... ... Die Kofi auf jeden Fall... naja hab jetzt geld noch hey socken muss ja auf jeden fall ändern es geht ja gar nicht socken waren das so übelst hoch grad aber gar nicht so vor die rotz das geschlossen was geschlossen der laden ja wenn ich da ganz wie so ein irrernei fast noch neue kälte sind die sind die caps noch mal anderen laden das andere laden wieso schießt du mein auto ab du kleine missgeburt das war ich nicht ich hab gar nix komik tätowierer oder nicht ich brauche caps ja ok komm ich fahre dahin wohin wasser hast du ja das ist heute war so ein pack dabei mit 30 objekte 30 objekten 18 seltene das nein haben nur scheiße gekriegt erster das wird 100 bros zu 100 karl pack sein heute gibt es ja 100 karl pack zu kaufen ich war mir schon überlegen ob ich mir den kaufen soll aber ich habe ja 108.000 kopf sind dann das mal lieber netz wenn jetzt nix kommt wenn ihr am arsch herz inspekt immer noch da wenn man nicht gezogen hat sind die px immer noch da die also die kostenlosen halte ich habe von fehler gemacht manu weißt du ob man von einem st zu einem lf machen kann irgendwie muss es ja gehen dass man von st zum beispiel auf ms von ms auf z m und dann irgendwie so dass sie auf also einfach auf lf kommen also schauen schaut mal nach bitte also ich habe vor den fehler gemacht vor allem beim kaufen er hat mir auch die maria kult aber ich habe ich habe für lf braucht und sich der poppen für st kult die maria ich habe mir jetzt für 33 bekommen oder so 33 33 kam so wieso zerstörst du meine auto warum habe ich nicht deswegen ja deswegen hat es auch mein auto zu stellen weil du behindert durch junge ich höre einmal alter hat die fresse das war dafür dass du mein auto geschrottet hast so eine kleine fotze alter verpiss ich jetzt hat die fresse ich will nicht auf ich stehe meinen wagen sollen der müll alter ich weiß nicht was du eigentlich mir holen zu so was zu das ist in w 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 am arsch kleine vc boah Echt oder? Da war es halt ein scheiß Zeug Da war es aber kein gescheites Man weiß schon wie es so ein gescheites Ding ist Da gibt es viele aus Bärenkeller die sind schon mal einiges dümmer als wie der Junge 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 Musst du gleich mein Auto komplett zerstören oder hast du Bastard Er übertreibt schon wieder Er übertreibt einfach schon wieder Halt die Fresse, er steht 4-3 durch, zweimal mein Auto zerstört Oh, verbisst dich Wo ist der gewählte Kugel? Haha Ja, da komm ich Junge Hab ich auch gestorben? Jaja Hey geil, jetzt mal quitt Er steht 5-4 Er steht 5-5 Er steht 5-5 du Bastard Du hast mich umgebracht Nein, nein Komm, nein Er steht wirklich 5-4 5-4 5-4 steht's 5-5 6-5 7-5 7-5 8-5 8-5 11 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 14 15 14 15 15 15 12 16 15 Und außerdem, ich muss das irgendwie machen, dass ich die Maria wieder loswerde. Glück an! Glück an! Ha! FIFA, eine Runde, komm! Ja, wir können schon FIFA gehen. Ja, okay, komm! Ey, lass mal ein Turnier machen!